Ja, was ist jetzt morgen? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen hier mitten in Österreich, mittendrin, kurz vor der Zugspitze. Wir werden diese Zugspitze aber, die haben wir ja eigentlich schon im Vorfeld weggenommen. Wir sind da schon einmal drauf gewesen, jetzt sind wir wieder unten angekommen. Wir werden uns jetzt anderen Bergen widmen, nämlich diesen da. Den da, genau, diesen. Ja, da sieht's aus. Jetzt kommt die Sonne hier nochmal durch. Ja, das wird hammermäßig. Kannst du da oben auch zoomen? Ja, logisch. So, die suchen nochmal rauf. Ich will mal gucken, was da aussieht hier auf der Seite. Wie mit dem Hau. Gib Gas, Alter. Wie, mehr geht nicht? Doch. Man hört sogar das Gezwitscher der Vögel da oben. Was ist die Zugspitze? Nee, die sieht man noch nicht. Das ist das Zugspitze massiv.